Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Aktionstag Gefäße mit dem Thema Risikothrombose. Es gibt eine Lösung, es gibt immer irgendwie eine Lösung und ich will Sie informieren zu Venenthrombose und Lungenembolie. Erstmal, was ist das überhaupt? Was ist Thrombose? Thrombose, wann sprechen Ärzte davon? Das ist eigentlich ein griechisches Wort und sagt eigentlich nur Klumpen oder Pfropf. Aber das beschreibt es schon ganz schön. Das ist also jetzt das Bild weg. Das ist also ein Blutgerinnsel, ein Blutpfropf, ein Blutgerinnselklumpen. Der irgendwo ein Gefäß verstopft. Eine Thrombose kann es im Prinzip an den Schlagadern geben, also an denen, die pulsieren. Dann ist es eine arterielle Thrombose. Das sind die Athen, die Schlagadern. Oder an den Venen, das heißt an den Gefäßen, die zum Herzen zurückführen. Das ist das, worüber wir heute reden wollen. Thrombose in den Venen, in den Gefäßen, wo es zum Herzen wieder zurückgeht. Das ist auch das Häufige. Und wenn dort sich also ein Blutgerinnsel bildet, dann reden wir von einer Thrombose. Und wenn solch ein Verschluss im Bereich der Lunge entsteht, das heißt, wenn so ein Gerinnsel abreißt und mit dem Blutstrom zur Lunge geht und die Lungenstrombahn verschließt, dann nennen wir das Ganze dann Lungenembolien. Das Ganze ist häufig und das kann auch tödlich enden. Das ist also keine banale Erkrankung. In den meisten Fällen ist es natürlich nicht so. Und es gibt auch viele unerkannte Lungenembolien. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Natürlich gibt es Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Das werde ich Ihnen so ein bisschen zeigen. Und dann steht hier so, was kann ich präventiv tun? Bewegung und die richtige Ernährung helfen bei der Prävention. Ja, schon. Das ist schon so. Aber man muss auch sagen, man kann durch gutes Verhalten das auch nicht immer verhindern. Also das ist keine Erkrankung, die man sich selber sozusagen selbst verschuldet zuführt, sondern das ist manchmal auch schicksalshaft. Ich komme gleich nochmal drauf, was so die Risiken sind. Ja, und die Lungenembolie, ich hatte es schon genannt, die entsteht halt dann, wenn aus den Körpervenen diese Gerinnsel in die Lunge verschleppt werden. Dieses Blut geht aus den Beinen zum Beispiel, das ist die häufigste Quelle von Thrombosen, geht zum Herzen und vom Herzen in die Lunge. Und so ein Blutgerinnsel würde dann da mitschwimmen und würde eine Lungenschlagader verstopfen. Dann ist die Lunge nicht durchblutet, dann kriegen wir keine Luft, weil der Gasaustausch nicht stattfinden kann, der Körper kriegt keinen Sauerstoff. Und wenn das sehr ausgeprägt ist, kann man schlicht und ergreifend tot umfallen. Ist gar nicht so ein schlechter Tod, muss man auch sagen. Also ich sag mal, wenn ich aussuchen dürfte, auf welche drei Arten ich sterben wollen würde, wäre Lungenembolie vorne mit dabei. Es gibt viel schlechtere Arten. Irgendwie muss man ja. Jeder glaubt, er ist der einzige Unsterbliche und der Erste, aber ich habe den Beweis noch nicht erlebt, ehrlicherweise. Gut, also so ist das mit der Lungenembolie. Ja, wie häufig ist das? In der EU, das sind Daten von 2004, Todesfälle durch Lungenembolie 540.000. Das ist viel. Das liegt natürlich auch daran, dass Lungenembolien häufig auch im Endstadium andere Erkrankungen entstehen. Also chronische Krebserkrankungen, chronische Erz-Kreislauf-Erkrankungen und, und, und. Und dann ist Lungenembolie häufig die Todesursache am Ende. Aber Sie sehen, das ist häufig. Und 100.000 allein in Deutschland. Das ist also wirklich eine häufige Geschichte. Einer von zehn Todesfällen in der EU kommt durch Lungenembolie. Und wenn Sie sich das mal anschauen, sterben durch Lungenembolie mehr als durch Brust- und Prostatakrebs, Aids und Verkehrsunfälle zusammen. Ja, also man kann ruhig ein bisschen forscher erfahren. Das ist nicht so schlimm. Aber dafür haben wir alle sehr viel mehr Angst. Da wird sehr viel mehr über Krebserkrankungen, über Verkehrstote, wird berichtet. Lungenembolie ist nur ab und zu mal ein Thema in den Medien und zwar, wenn das während der Reisezeit entsteht. Es gibt ja diese Reisetrombose und Reiselungenembolie und da steht dann 25-jährige Frau tot im Flieger. Und dann ist es vorne auf der Bild-Zeitung und dann denkt jeder, ho, 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 im Winter interessiert es keinen. Ist immer so ein bisschen so. Also in Deutschland die dritthäufigste zum Tode führende Herz-Kreislauf-Erkrankung. Man kann das meist verhindern, das machen wir auch. Das heißt, viele Situationen, wo früher Thrombose und Lungenembolien auftraten, sind heute entschärft. Trotzdem nimmt die Gesamtzahl nicht ab. Ich zeige Ihnen gleich, warum das so ist. Was könnten Symptome einer Thrombose sein? Erstmal. Schwellungen am Fußknöchel, am Unterschenkel oder am ganzen Bein. Das heißt, wenn das Bein anschwillt. Wenn das Blut nicht abfließen kann wegen eines Blutpfropfes, dann schwillt das Bein an. Schmerz in der Wade beim Auftreten, Überwärmung eines geschwollenen Beins oder auch Blauverfärbungen, wenn die Venen so rauskommen, die oberflächlichen Venen, wenn man die so sieht. Das kann also ein Hinweis sein, dass da eine Blutabflussstörung, sprich eine Thrombose in dem Bein ist. Und dann sollte man auf alle Fälle nachschauen. Und dieses Bild veranschaulicht so ein ganz bisschen, wie häufig das eigentlich ist und wie wenig eigentlich dieser Thrombosenklinik machen, also Beschwerden machen. Die allermeisten Thrombosen treten auf und machen diese Beschwerden nicht. Das tritt eigentlich nur dann auf, wenn ein großes Rohr verlegt ist, sozusagen. Wir haben am Bein aber auch kleine Seitenstraßen, Seitenvenen. Wenn da Thrombosen auftreten, das merken sie häufig gar nicht. Das ist wie beim Eisberg. Das meiste ist unter Wasser und nur ein Teil tritt offenbar in Erscheinung. Und das ist eben bei der Thrombose auch so. Viele Patienten sagen, das kann doch nicht sein, ich habe doch nichts gemerkt. Und sagen, gerade deswegen ist es eine Thrombose, weil man die meisten Thrombosen nicht merkt. Nur ein Teil merkt man. Das heißt, die machen nicht schmerzen unbedingt. Es gibt viele schmerzlose Thrombosen. Und das ist auch so ein bisschen das Tückische daran. Das heißt, es ist nicht so, dass sich so etwas regelmäßig äußert, eben durch irgendeine, durch ein verlässliches Symptom. Häufig treten Lungenembolie und traten früher auf, zum Beispiel postoperativ. Das heißt, die Patienten sind operiert worden, liegen im Bett und dann zirkuliert das Blut nicht so richtig, die Beine werden nicht richtig durchbewegt und dann kann das leichter gerinnen. Heute gibt es wirklich ganz stringente Hinweise, wann man das mit Medikamenten verhindern soll. Das wird auch grundsätzlich so gemacht. Das Problem ist aber auch, muss man auch sagen, dass Sie mit diesen Medikamenten zur Thromboseverhinderung, zum Beispiel bei Operationen, nur ungefähr 90 Prozent aller Thrombosen verhindern. Das heißt, Sie zehnteln die Häufigkeit. Um Ihnen mal ein Beispiel zu sagen, wenn Sie ein künstliches Kniegelenk kriegen und würden keine Thrombosespritzen kriegen, um die zu verhindern, die Thrombose, würde die Hälfte aller Leute eine Thrombose kriegen danach. Wenn Sie diese Spritzen geben, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei drei bis fünf Prozent. Das ist schon, das ist toll. Heißt aber nicht, dass es nicht auftreten kann. Viele kommen nämlich auch und sagen, kann gar nicht sein, dass ich eine Thrombose habe. Ich habe ja Spritzen. Ich sage, das ist jetzt nicht dann nicht so wahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Weil, wenn wir höhere Dosierungen dieser Blutverdünner geben, um die Thrombosen zu 100 Prozent zu verhindern, riskieren Sie, dass irgendwer verblutet. Sie können ja die Blutgerinnung nicht ganz weghauen, sozusagen. Irgendwofür ist die ja auch gut, gerade nach einer Operation. Ja, Sie können, da ist Blutgerinnung notwendig, damit Sie nach einer Gallenoperation nicht in den Bauch bluten. Sie brauchen also Restblutgerinnung. Und darum ist das, also gab es viele Studien, feindosierte Abstimmung, wie viel Dosis eines Blutverdünners muss ich geben, damit ich die allermeisten Thrombosen verhindere, aber eben noch keine Blutungen riskiere. Heißt aber, es gibt auch Thrombosen, selbst wenn ich Blutverdünnungsspritzen gekriegt habe. Das ist so. Auch wenn alles richtig lief, ist das weiterhin so. Aber diese Thrombose-Prophylaxe ist heutzutage Standard in ganz vielen Stellen. Und viele von Ihnen werden das vielleicht schon mal gehabt haben und werden über drei, fünf, sieben, zehn oder 35 Tage, je nachdem, was der Anlass war, werden die Thrombose-Spritzen bekommen haben. Und das ist die Rate von Thrombosen und Lungenembolien in Deutschland, bei Männern und bei Frauen. Sie sehen, Männer sind ein bisschen seltener dran. Da liegt aber auch daran, dass es einfach, wenn man älter wird, weniger Männer gibt. Ja, es ist so. Da gibt es viele Gründe für, ich möchte das jetzt gar nicht ausführen. Und Sie sehen, über die Jahre, es werden nicht weniger, obwohl wir so tolle Thrombose-Prophylaxe machen. Und die Thrombose-Prophylaxe ist zehnmal besser als in den 80ern. Warum ist das so? Art 1, die Leute werden älter. Und Thrombose ist eine Erkrankung, die mit dem Alter zunimmt. Art 2, wir machen mit Menschen immer mehr. Das heißt, heute werden Leute an Dingen operiert, die vor 20 Jahren nicht operiert wurden, schicksalshaft waren. Heute werden 80-Jährige an Dingen operiert. Da hätte man vor 20 Jahren oder auch noch vor zehn Jahren sich an den Sturm getippt und gesagt, ihr habt doch wohl nicht alle, die 80-jährige Dame jetzt mit dieser Operation zu quälen. Das ist alles Standard heutzutage. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die per se ein hohes Thrombose-Risiko haben und machen mit denen immer mehr Prozeduren, die dann nochmal das Thrombose-Risiko erhöhen. Aus gutem Grund, weil wir wissen, wir tun was Gutes. Aber dadurch wird eben einfach die Absolutzahl von Thrombosen nicht geringer. Das ist einfach so. Man würde sich ja sonst vorstellen, dass das mit diesen Prophylaxenmaßnahmen gegen null verschwindet. Ich zeige das immer ganz gerne. Regelmäßig werden Krankenhäuser verklagt, zum Beispiel, wenn einer eine Thrombose, eine Lungenembolie im Krankenhaus kriegt, dann geht jeder zum Anwalt und sagt, ich habe da eine Lungenembolie gekriegt oder mein Vater oder sie ist gestorben. Krankenhaus hat die Fuscht. Ist ja gerne sozusagen. Sie wissen, wir haben 80 Millionen Bundestrainer, 80 Millionen Bundeskanzler und Krankenhaus kennt sich auch jeder aus und weiß, er würde es besser machen. Und das ist eben nicht so. Sie können das nicht hundertprozentig verhindern. Sonst dürfen Sie keinen ins Krankenhaus einweisen lassen, sozusagen. Das ist einfach so. Was sind Risikofaktoren und was ist relevant? Wonach suche ich denn eigentlich aus? Wie funktioniert das? Wem gebe ich denn jetzt eine Prophylaxe-Spritze? Ja, nein. Wenn Sie jetzt morgens im Hausarzt rennen und sagen, ich gucke mal abends vier Stunden Fernsehen, da bewege ich mich nicht, wie ich eine Prophylaxe-Spritze vorher habe. Er hat gesagt, wenn man sich nicht bewegt, dann ist das so. Also eins, und darüber wird immer viel debattiert, man kann ein Thrombose-Risiko ererben. Das sind die sogenannten Thrombophilie-Faktoren. Haben ganz viele Leute Angst vor. Wird auch Geld mitverdient, ist auch viel Scharlatanerie dabei. Und da gibt es eine ganze Reihe von Gerinnungsdefekten, die heißen Faktor-5-Mutationen, Faktor-2-Mutationen, Protein-C-Mangel, Antithrombin-Mangel, schlimme Worte sozusagen, ja, MTHFR-Mutationen und so ganz schlimm. Also erbte Gerinnungseffekte, die sind in der Bevölkerung gar nicht so selten. Das heißt, wenn Sie schauen, hat ungefähr ein Drittel der Bevölkerung irgendein Defekt, der dazu führt, dass Sie vielleicht ein bisschen mehr Thrombose kriegen als Ihr Nachbar. Das heißt, das ist keine seltene Sache, sondern das ist ganz häufig. Und das erhöht auch das Risiko einer Thrombose ein bisschen. Und dann sagen wir, das wird auch von den Hausarztinnen gesagt, also im Laborbefund steht dann, ah, Sie haben ein siebenfach erhöhtes Thrombose-Risiko. Dann haben alle Angst und sagen, oh, siebenfach ist eine Thrombose, ganz schlimm. Zum Beispiel bei einer 30-jährigen Frau ist das Risiko, eine Thrombose zu kriegen, 1 zu 10.000. Wenn die ein siebenfach erhöhtes Thrombose-Risiko hat, ist das Risiko 1 zu 9.993. Das heißt, das ist siebenfach erhöht, aber immer noch denkbar gering. Das heißt, aus diesen Risikoerhöhungen, dreifach, fünffach, siebenfach, kann man nicht so richtig ableiten, wie ist denn wirklich mein Lebensrisiko, eine Thrombose zu kriegen. Aber Fakt ist, man kann was ererben. Das ist auch ganz lustig, da können Sie zum Beispiel Völkerwanderungen daraus ersehen. Man weiß zum Beispiel, diese Faktor-5-Mutation ist in Deutschland am häufigsten auf einer Linie zwischen Bayern und Kiel. Und zum Rändern hin, wir sind relativ in der Mitte, zu den Rändern hin fällt das ein bisschen ab. Das hat schlicht damit zu tun, dass einer, der diese Mutation hatte, früher mal als Handlungsreisender oder Wandergeselle durch das Land zog und abends nicht nur in seinen Lehrbüchern gelesen hat, sondern auch die Damen des Ortes kennengelernt hat und hat seine Gene hinterlassen. Wir können zum Beispiel Mutationen nachweisen entlang der Seidenstraße. Von Erdogans Hauptstadt bis Peking gibt es sozusagen höhere Häufigkeiten an bestimmten Mutationen. Das hat schlicht damit zu tun, da ist einer mehrfach hin und her gereist. Und so können Sie an solchen Sachen auch sehen, wie das so verteilt ist. Gut, also das kann man haben. Das ist erstmal in 99,9 Prozent der Fälle kein Drama. Da wollen auch alle immer darauf untersucht werden und wir machen das nur in ausgewählten Fällen, weil es in der Regel unnötig ist. Was sind erworbene Risikofaktoren? Wenn man schon mal eine Thrombose hatte, spricht das dafür, dass man das gut kann, dass man wieder eine kriegen kann. Alter über 60. Thrombose bei Verwandten ersten Grades. Da hat man gesagt, naja, vielleicht steckt doch was in der Familie. Adipositas mit einem BMI über 30. Dick sein ist ein Thrombose-Risiko, ist eines der höchsten Thrombose-Risiken. Therapie mit Sexualhormonen oder Antagonisten, das meint zum Beispiel auch die Pille. Also Antibabypillen zum Beispiel, wo Östrogene drin sind, erhöhen das Risiko um das zwei- bis dreifache. Alle, auch die Mini und Baby und so. Es gibt welche, die das nicht so machen, die rein mit Gestagen sind, aber sonst ist das so. Dann gibt es so Antikörpererkrankungen, Immunerkrankungen, die das machen und auch schwere Venenschäden bei schwersten Krampfadererkrankungen oder so. Kann das mal sein? Bei der banalen Krampfadererkrankung, die 40% der deutschen Bevölkerung hat, ist das nicht thromboseerhöhend. Also wenn man da eine so eine Krampfader am Bein hat, muss man sich sozusagen da nicht grämen. Das haben fast alle. Dann gibt es so Grunderkrankungen, die das Thrombose-Risiko fördern. Bösartige Erkrankungen, chronische oder akute Infektionserkrankungen, Lähmungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder auch Rheuma, Herzschwäche, Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Schwangerschaft. Ja, auch. Ist ja keine Erkrankung in dem Sinne. Kommt immer auf die Sichtweise an, aber bis sechs Wochen nach der Entbindung ist das so. Und Hormontherapie hier auch nochmal, wenn das im Rahmen einer Erkrankung notwendig ist. Das sind so Zustände, die das weiterhöhlen. Und dann ist es häufig so, dass jetzt, das ist dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Dann gibt es ein Akutrisiko, was jetzt dazu führt, dass sich jetzt die Thrombose manifestiert. Das ist vielleicht der chirurgische Eingriff oder eine Immobilisation. Das heißt, man wird bettlägerig, man hat Grippe, man liegt fünf Tage im Bett und bewegt sich nicht, trinkt noch wenig. Ja, sowas. Gipsverbände, Blutergüsse nach Sturz oder eben eine ganze Reihe von nichtchirurgischen, heißt also internistischen Erkrankungen, die jetzt nicht chronisch verlaufen und das Risiko chronisch erhöhen, sondern sich akut verschlechtern und jetzt auf das chronische herauf nochmal ein Akutrisiko machen. Und dazu gehört auch, dass ich allein ins Krankenhaus komme. Auch wenn ich als Gesunder ins Krankenhaus gehe, verhalte ich mich nicht so wie draußen. Das heißt, ich lege mich hin und wenn ich was brauche, klinge ich die Schwester. Ja, zu Hause würde ich aufstehen müssen. Also irgendwann, man ruft nach seiner Frau oder nach seinem Mann und wenn die nicht reagiert, muss man aufstehen und sich was zu essen holen. So, das machen sie hier schon mal nicht, also sie sind immobil. Und das alleine erhöht ein bisschen das Risiko gegenüber ihrem normalen Leben, obwohl eigentlich noch gar nichts Schlimmes passiert. Das ist so. Ja, und nun schauen wir immer sozusagen, welche, wie viel Risiko hat denn der Patient jetzt wirklich? Und da gibt es so Risikoklassen, mit welcher Wahrscheinlichkeit würde der denn eine Thrombose kriegen mit niedrigem, mittlerem oder hohem Risiko, wenn wir nichts dagegen täten. Und wenn man am Ende festlegt, der Patient hat ein mittleres oder hohes Risiko, eine Thrombose zu entwickeln, aufgrund der ganzen Situation, die ich eben hier gezeigt habe, dann macht man diesen beiden Gruppen eine medikamentöse Prophylaxe, die kriegen Spritze. Es sei denn, die ist aus irgendwelchen Gründen verboten. Das gibt es auch, dass man sagt, wir würden gerne, aber wir dürfen nicht, weil der hat noch was anderes, was wieder dagegen spricht. Und so guckt man das immer, dann guckt, was hat denn der akut für eine Erkrankung? Also, ich sag mal, der hat eine akute Herzschwäche, dieser Patient. Dann guckt man, was hat denn der für ein Basisrisiko? Der Patient ist über 60 Jahre alt und dann kann man so gucken, Herzschwäche, 60 Jahre, hohes Risiko, braucht Spritze. So funktioniert das Denken. Ja, das machen wir nicht immer an solchen Tafeln, aber so funktioniert das Denken. Das heißt nicht, alle kriegen dann eine Spritze, aber eben, wenn das so von den Risikosituationen so ist, also nur die, die niedrig sind, das heißt, die vielleicht nur eine kleine Entzündung haben und jung sind und sonst gesund, die brauchen keine zum Beispiel und so, kann man das nachgucken. Also funktioniert das mit der Prophylaxe. Und deswegen erklärt es sich auch, warum einer eine Spritze kriegt und der andere vielleicht nicht und der eine nur 10 Tage und der andere länger. Das richtet sich halt genau nach diesen Risikoeinschätzungen. Ja, und das kenne ich auch. Dann kommen wir schon und sagen, mein Nachbar, der hat 35 Tage Spritze, kriege ich nur 10 Tage, das ist doch bestimmt falsch. Nein, also nicht der, der am längsten Spritzen kriegt, am besten dran. Der hat auch am meisten Einstichlöcher, das ist auch schlimm. So, nun kann man, habe ich gesagt, nicht alle Thrombosen verhindern, selbst dadurch. Und manche kommen mir auch einfach so und sagen, ich habe plötzlich da irgendwie Beschwerden. Was machen wir diagnostisch? Wir machen einen Ultraschall. Ultraschall ist heutzutage die Methode der Wahl. Relativ einfach. Kann man eigentlich mit fast jedem Ultraschallgerät machen, ist die Methode der Wahl zum Nachweis oder zum Ausschluss. Man muss es können, das ist das Problem. Also das Problem sitzt meist vor dem Gerät. Ja, das ist meist nicht das Gerät. Das ist wie alles. Das ist wie in jedem Job sozusagen. Man muss es können, man muss es machen und man muss es geübt haben und dann ist es einfach. Ja, so. Und gut. Und wenn Sie also einen haben, der das kann, dann gibt es eine Fehler, eine Irrtungswahrscheinlichkeit von unter 0,5%. Also das ist sehr gut, sage ich mal. Es gibt schon schwierige Fälle, wo es nicht so einfach zu sagen ist. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Das war ein junges Mädchen. Das ist die Schlagader und hier unten sehen Sie auch nochmal so eine Wurst. Das ist die Vene und die ist dunkel und es ist nicht bunt. Das heißt, es fließt kein Blut. Hier sehen Sie das nochmal so quer geschnitten. Das ist ein Gefäß, da ist Durchblutung. Arterie hier nicht. Das ist die Vene, da steckt ein Gerinnsel drin. Hier, jetzt sehen Sie das nochmal besser, hier eine Vene und dann sehen Sie da, sowas schwimmt wie so ein Würstchen drin rum. Ja, das ist die Thrombose. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn das hier abbricht und mit dem Blutstrom nach oben geht, dann macht das eine Lungenembolie. Okay, kann man sich gut, das hängt ja auch frei drin rum, wackelt auch hin und her. Das ist zum Beispiel sowas im Unterschenkel. Unterschenkel ist immer ein bisschen schwieriger von der Diagnostik, weil die Venen sind kleiner oder es ist ein bisschen unübersichtlicher alles und ganz viele Venen. Aber hier sehen Sie auch so zwei Kullern, sehen Sie da und da. Und wenn man hinguckt, sieht man schon, da steckt was drin. Die sind nicht ganz schwarz und man kann die auch nicht zusammendrücken. Da muss eine Vene ohne Thrombose zusammendrücken können. Und auch hier sehen Sie da eine Kuller und da eine Kuller, wenn Sie hingucken. Und hier sehen Sie, ich drücke und ich kann die Kuller nicht zusammendrücken. Das ist alles so ein bisschen grau-grau. Jetzt werden Sie sagen, ja, ja, du kannst uns viel erzählen da in diesem komischen Bild. Darum sage ich ja, es ist ein bisschen Training, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk, ja, ehrlicherweise. Also das funktioniert schon ganz gut. Und das ist relativ banal und das sollte man dann einfach tun. Wenn ein Patient zusätzlich jetzt Luftnot hat, Herzschmerzen, Thoraxschmerzen, also irgendwo am Brustkorb Schmerzen und wir haben den Verdacht, dass der eine Lungen emboli hat, reicht es natürlich nicht, dass wir die Beine untersuchen. Sondern da muss man im Zweifel auch nachgucken, hat der was an der Lunge. Wenn der Lungen emboli Symptome hat und wir finden schon eine Thrombose, dann kann man sagen, okay, das ist eine Lungenembolie. Dann braucht man hier oben gar nicht weiter untersuchen. Wenn man keine Thrombose findet, muss man trotzdem gucken, denn es gibt viele Lungenembolien, wo man unten gar nichts mehr findet. Das heißt, das Gerinnsel ist unten gar nicht mehr auffindbar. Und das ist gar nicht so einfach, um Ihnen auch mal so ein bisschen die Schwierigkeiten zu zeigen. Wenn einer kommt und es steht der Verdacht Lungenembolie, dann guckt man so nach Dingen wie Luftnot, Brustschmerz, Husten, Fieber, Bluthusten, Ohnmacht, wie auch immer. Und diese Symptome sind bei Leuten, die eine Lungenembolie haben, gar nicht häufiger als bei Leuten, die am Ende keine Lungenembolie haben. Das heißt, das sind zwar Symptome, die darauf hinweisen, aber sicher differenzieren. Hat er jetzt eine oder hat er keine, kann man damit nicht. Man kann bestenfalls einen Verdacht äußern. Genauso häufig haben die Leute, die diesen Symptomen kommen, aber am Ende einfach nur eine Bronchitis, eine normale Lungenentzündung, eine Lungenfellentzündung oder was auch immer. Das heißt, die können das von außen eigentlich nicht sagen. Man kann sagen, kann sein. Weiß ich auch nicht. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die man machen kann, um das jetzt wahrscheinlicher zu machen. Man kann den Patienten untersuchen, abhorchen, ein bisschen Folklore machen. Hilft überhaupt nicht. Kriegen Sie dadurch nicht raus. Macht man natürlich. Um nach anderen Sachen zu gucken, gibt es eine andere Erklärung. Aber die Frage Lungenembolie, ja nein, können Sie damit nicht lösen. EKG hilft Ihnen in ganz wenigen Fällen nur. Ist häufig verändert, aber nicht so, dass es Ihnen sagen würde, das gibt mir jetzt einen Hinweis auf Lungenembolie wirklich. Gibt seltene Fälle, wo es doch so ist, aber das ist echt nicht die Häufigkeit. Blutgasanalyse, man kann den Sauerstoff im Blut messen. Gibt so klassische Befunde, die bei Lungenembolie vorkommen, aber auch bei vielen anderen Sachen sind die ähnlich. Hilft uns auch nicht wirklich weiter. Was uns hilft, ist ein Herzultraschall. Das zeige ich Ihnen hier. Das sehen Sie hier. Sie können aufs Herz gucken und dann sehen Sie, dass die Herzanteile, die vor der Lunge liegen, gebläht sind. Die sind aufgedehnt, weil die Lunge ist verstopft. Da geht das Blut nicht durch. Also staut sich das im Herzen schon. Dann sehen Sie, oh, das Herz ist erweitert. Das kämpft gegen einen Widerstand an. Das kann ein Hinweis sein. Röntgen hilft überhaupt nicht. Gibt es noch ein paar andere Ursachen, die nicht helfen. Was uns dann immer regelmäßig hilft, sozusagen, ist noch das CT. Zeige ich Ihnen hier nochmal. Das ist ein Herz. Das ist die linke Herzhauptkammer, die linke Herzvorkammer, rechte Herzvorkammer, rechte Herzhauptkammer. Und Sie sehen, die rechten sind größer als die linken. Das darf so nicht sein. Normalerweise sind die kleiner. Wenn wir also so etwas sehen, dann können wir sogar den Druck im Herzen und in der Lungenschlagader messen von außen. Und dann ist das schon mal nicht unwahrscheinlich, dass einer eine Lungenembolie hat, dass also der Widerstand in der Lunge durch das Gerinnsel erhöht ist. Ja, und was wir dann tun, um das definitiv zu beweisen, ist, wir machen eine Computertomographie. Hier sehen Sie so ein Thorax, ja, hier sind die Rippen. Und hier sehen Sie, das ist eine Lungenschlagader. Und die müsste eigentlich richtig weiß sein, wie diese Schlagader hier. Und dann sehen Sie, die ist nicht weiß, die ist nur am Rand weiß. Und in der Mitte ist sie dunkel. Und hier sehen Sie das auch. Lungenschlagader, die müsste weiß sein, durchgängig. Und da, wo es dunkel ist, das ist Blutgerinnsel. Da kommt kein Kontrastmittel hin. Das Weiße ist Kontrastmittel, das verteilt sich. Und da, wo Gerinnsel ist, kann sich kein Kontrastmittel hin, verteilen das Sehnen. Und das ist eigentlich heutzutage die sicherste. Und wenn bis dahin die Klärung nicht da ist, dann auch die definitive Methode, um das Ganze zu klären. Manchmal ist das auch schwierig, weil da hat der Patient noch was an der Niere. Er kann kein Kontrastmittel kriegen, eine Allergie, was auch immer. Aber in 95% der Fälle ist das gut machbar. Und wir können dann damit die Lungenembolie definitiv diagnostizieren oder ausschließen. Also man muss dann in die Röhre. Und dann kann man auch so schicke Sachen machen. Sie sehen, hier gibt es mal, da können Sie im Gefäß langfliegen. Das können wir alles tun. Es hilft überhaupt nicht. Es sind immer so Angeberbilder, die werden dann immer gezeigt, auch auf Kongressen oder so. Guckt mal hier, wir können jetzt dreidimensional durch die Lungenarterie fliegen. Das ist alles schön. Helfen tut es nicht. Es ist schön anzusehen. Deswegen habe ich Ihnen mal so einen Flug gezeigt. Machen wir im wahren Leben eigentlich nicht, weil es uns nicht schlauer macht. Und dieser Patient mit diesem Bild, das will ich Ihnen einfach mal so einen Fall zeigen, der kommt mit unklaren Brustbeschwerden, hat ein bisschen Luftnot, aber alles nicht so klassisch, kriegt natürlich ein Röntgenbild. Da ist erstmal nichts, keine Lungenentzündung und so weiter. Dann kriegt er eine Computersomographie und da sieht man schon, aha, da hat er doch ein bisschen Entzündung, die im normalen Röntgen gar nicht zu sehen ist. Und dann kriegt er diese Kontrastmittelgabe und dann sieht man, oh, 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 da sind überall auf beiden Seiten Blutgerinnsel drinnen. Gucken Sie hier, das ist immer das Dunkle hier. Der hat beidseitige Lungenembolien. Und dann ist die spannende Frage, was ist denn die Ursache? Und dann haben wir den geschallt und dann siehe, da ist eine ganz kleine Thrombose im Unterschenkel. Ganz kleine Thrombosen können ganz große Lungenembolien machen, weil die immer wieder, immer wieder unten neues Gerinnsel produzieren und nach oben weiterschieben sozusagen. Ja, und was war die Ursache? Der hat zum Beispiel Sport gemacht, hat einen Muskelfaserriss erlitten. Hier sehen Sie noch einen Bluterguss. Das ist Muskelfaserriss mit Bluterguss. So was erhöht das Thromboserisiko. Dann kamen die Symptome, die hat er gar nicht registriert, weil alles auf diesen Muskelfaserriss und diesen Schmerz dadurch zurückgeführt wurde. Dann kam die kleine Thrombose und dann die Lungenembolie und dann war es so. Also so ist dann manchmal so, dass im wahren Leben wie auch so Kleinigkeiten zu so etwas führen kann. Gut, was machen wir dagegen? Wenn sich Blutgerinnsel bilden durch verstärkte Blutgerinnung, was tun wir? Wir behindern die Blutgerinnung und versuchen den Körper damit an der weiteren Bildung von Blutgerinnseln zu behindern und natürlich auch ihn zu unterstützen, die Blutgerinnsel wieder abzubauen. Wir haben im Körper Systeme, die es schaffen, Blutgerinnsel wieder abzubauen. Und die sind in der Lunge sogar ausgesprochen stark zum Beispiel. Wohlweislich, weil die Evolution ist ja nicht doof. Das heißt, die hat das schon gemacht, dass Leute, die Gerinnsel in der Lunge auflösen konnten, besser durchgekommen sind früher als Leute, die das nicht konnten. Die, die das nicht konnten, haben es einfach nicht geschafft, sozusagen in der Auslese. Und deswegen, das ist das sogenannte Plasmin, das ist also ein Stoff, was Blutgerinnsel gut wieder auflösen kann. Und da gibt es mehrere Stellen, die Blase kann das relativ gut, weil da ist ein Blutgerinnsel auch ganz schlecht, wenn man explodiert. Und in der Lunge ist das genauso wichtig, dass man da es gut auflösen kann. Und das sind so die zwei Organe, die sehr plasminreich sind, das heißt, wo wir Gerinnsel gut auflösen können. Deswegen, wir haben kleine Lungenembolien, die es immer gibt. Wir alle hatten schon Lungenembolien. Wir alle hatten kleine Blutgerinnsel in der Lunge. Und eine normale Funktion der Lunge ist auch, die zu filtern und abzubauen. Das Problem ist, wenn das Gerinnsel zu groß ist, die Durchblutung zu sehr hemmt und und und. Das ist dann ein Problem. Miniembolien haben wir bei ganz vielen Erkrankungen, haben wir auch in Normalsituationen und ist mehr oder weniger ein physiologischer, also ein Normalzustand. Ja, und was sich alle immer vorstellen ist, und das fragen auch viele, können wir das nicht einfach absaugen, rauspressen, rausoperieren, wie auch immer. Kann man. Ich zeige Ihnen das hier mal. Gucken Sie, das ist so ein Katheter. Den nehmen wir auch für die Schlagadern. Und theoretisch und auch praktisch kann man den in die Venen stecken und kann, hier sehen Sie ein Gerinnsel. Gucken Sie, jetzt kommt der hier wie ein Staubsauger. Und man kann die mit Unterdruck sozusagen absaugen. Kann man auch mit Medikament kombinieren und 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 und. Also technisch geht das. In einem Teil der Fälle, muss man sagen. In einem Teil der Fälle. Ob das eine gute Idee ist, ist bislang immer noch nicht bewiesen. Es gab in den 80er und frühen 90er Jahren Untersuchungen, das zu operieren. Das hat gut funktioniert, aber leider sind mehr Leute gestorben als ohne Operation. Weil, wenn man das unten freigeputzt hat, dann haben sich beim Teil der Leute doch neue Gerinnsel wiedergebildet und haben dann Lungenembolien gemacht. Das Gerinnsel, was unten sitzt und was fest ist, das tut, wenn Sie jetzt mit der Blutverdünnung anfangen, nichts Böses mehr. Das ist nur noch da, aber kann keine Lungenembolien mehr machen. Wenn Sie daran aktiv rum machen, dann schaffen Sie eben eine neue Möglichkeit für Thrombose und Lungenembolien. Deswegen ist das wieder verlassen worden. Jetzt haben sich so Kathedersysteme und alles so was sehr entwickelt in den letzten Jahren. Eigentlich aus der Idee heraus, die Schlagadern zu behandeln. Das, was wir auch hier am Gefäßzentrum im Harz hier regelmäßig machen. Und dann hat man es wieder probiert und hat gesagt, naja, können wir das gute Zeug jetzt, was für den Atelien jetzt so gut funktioniert, nicht auch für die Venen nutzen. Und da laufen momentan Untersuchungen. Etabliert ist das momentan nicht. Wir wissen immer noch nicht, ob wir wirklich den Leuten was Gutes tun. Denn dass ich jetzt akut eine Thrombose absauge, heißt noch nicht, dass ich jetzt über die nächsten fünf oder zehn Jahre betrachtet, was Gutes tue. Und das muss man eigentlich ehrlicherweise noch abwarten, um zu sagen, jawohl, wir bieten das routinemäßig an und wissen auch, dass wir den Leuten nicht nur akut, sondern auch auf lange Sicht was Gutes getan haben und nicht geschadet haben. Deswegen ist es momentan wirklich eine Ausnahmesituation, dass man sowas tut. Was der Standard ist, ist, man gibt Medikamente. Und das ist aus der aktuellen Leitlinie. Ich will Sie nicht mit sowas natürlich konfrontieren, aber damit Sie sehen, mit wie vielen Medikamenten man eigentlich behandeln kann. Es gibt welche zum Spritzen, es gibt welche zum Schlucken, es gibt mittlerweile alles, was man auch akut bei einer Thrombose geben kann. Bis vor circa zwei Jahren mussten wir faktisch immer mit Spritzen anfangen. Und jetzt gibt es zwei Tabletten, die man auch akut, ohne dass man vorher Spritzen bekommen hat, gleich zu einer Thrombose-Therapie nutzen kann. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen vereinfacht, weil wir den Leuten immer sonst sagen mussten, so, du kannst wieder nach Hause, man muss eine Thrombose nicht stationär behandeln in dem Fall, aber du musst spritzen lernen. Und meist Männer sagen dann, oh, ganz, das kann ich nicht. Und muss ich meine Frau fragen, wo ich mir sage, ey, ja, das geht gar nicht. Das ist das Ende der Ehe. Also, das muss man schon hinkriegen. Als Mann muss man sich, muss man Pixar vertragen. Und ehrlicherweise, es haben auch alle geschafft, wer einen Kuli bedienen kann, kann auch so eine Spritze bedienen. Das ist nicht schwieriger. Und es ist auch noch keiner liegen geblieben, sonst würden da unten ja noch welche liegen, wenn sie herunterkommen aus den letzten Jahren. Also alle haben dann irgendwie gesagt, okay, dann kann ich es halt doch und haben das auch gemacht. Ja, Männer sind ein bisschen, das ist so, das ist nicht mal, man kann ja da jetzt drüber lästern, aber es ist unser Erleben, sind mit Selbstverletzungen vorsichtiger, sagen wir es mal so. Ja, also, so machen wir das und das wägen wir ein bisschen ab. Das hat auch so, von Begleitumständen hängt das manchmal ab, welche Begleiterkrankungen sind da, wie geht es dem, haben wir noch einen Verdacht, dass irgendwas dahinter steckt. Da richten wir uns noch ein ganz bisschen, was empfehlen wir bei dem. Also es ist nicht so, dass wir nehmen immer die Tablette oder immer die Spritze, sondern wir gucken schon ein bisschen, wie sind die Begleitumstände und was ist jetzt hier günstig und was ist hier nicht günstig. Und man soll, wenn man den Verdacht hat auf eine Thrombose oder Lungenembolie und kann das jetzt nicht gleich sichern, also sie hängen jetzt in einer oberharter Schlucht und kommen jetzt da erstmal nicht weg, Schnee, Straße zu Ende, soll man anfangen behandelt zu werden. Also wenn der Doktor sagt, du hast bestimmt eine Thrombose, dann soll man sich die Spritze geben lassen oder die Tablette schlucken, selbst wenn man jetzt den Ultraschall noch nicht gemacht hat. Weil die Gefahr, dass in der Zwischenzeit was passiert, wenn man nicht anbehandelt hat, ist gar nicht so gering. Die Gefahr, dass man eine Spritze umsonst gekriegt hat oder dass dadurch irgendwas anderes jetzt ausgelöst wird, die ist relativ gering. Also man tut nichts Falsches, wenn man bei Thromboseverdacht anbehandelt, wenn der Thromboseverdacht auch wirklich gerechtfertigt ist. Es gibt ja so Verdächtigungen, wo man sagt, nein, ich glaub nicht dran, aber wir machen mal zur Sicherheit einen Ultraschall und es gibt Situationen, wo man sagt, das ist sicher eine. Und wenn man, wir sagen, wenn die mittlere klinische Wahrscheinlichkeit erreicht ist, also mehr ja als nein, sag ich mal, dann soll man auch so tun, als ob und soll so behandeln. Wenn man nicht in kurzer Zeit wirklich einen Ultraschall erreicht, wenn sie sagen, ich bin eine halbe Stunde im Krankenhaus, da können die das machen, das ist alles gut, aber wir erleben schon Sachen, dass natürlich hier gerade aus den Schluchten des Herzes dauert das manchmal schon ein bisschen, bis sie in die große, große Stadt Wernigerode oder Queddenburg gekommen sind. Gut. So, und dann behandelt man mit diesen Medikamenten und in den ersten drei, vier Wochen bei den meisten Medikamenten mit einer erhöhten Dosis, weil in den ersten drei, vier Wochen, das ist das Risiko, dass eine Thrombose wiederkommt oder weitergeht trotz Behandlung, das ist in den ersten drei bis vier Wochen relativ hoch und dann wird es gering. Und deswegen gibt es hier bei manchen Medikamenten doppelte Dosis oder anderthalbfache Dosis. Das erklären wir dann immer und sagen, jetzt müssen Sie drei Wochen lang zwei Tabletten schlucken und danach nur noch eine Tablette und so. Das hat damit zu tun, dass wir entlang des Thrombose-Risikos auch die Dosis ausrichten. Und jetzt gibt es so ein bisschen so einen Umschwung, wie gesagt, wir hatten lange Zeit eben nur diese Spritzen und dann hatten wir diese Phalytrom- oder Markumat-Tabletten, mit denen wir das behandelt haben. Das war faktisch der einzige Blutverdünner, der zur Langzeitbehandlung auf dem Markt war. Das ist eigentlich Vitamin K-Tagelis, das ist Rattengift. Die Männer kennen das aus dem Baumarkt als Rattengift. Sie wissen, die Ratten verbluten, wenn man Rattengift hinlegt. Das ist ein Gerinnungshemmer. Nichts anderes machen wir. Die fressen das und dann haben die keine Blutgerinnung mehr und verbluten. Also wir haben damit schon immer Ratten umgebracht und das Ganze ist dann ein bisschen kultiviert worden. Das ist so. Das hat eigentlich ein Farmer in den USA rausgekriegt. Das ist ja ein Naturprodukt. Das ist Bio. Also gut. Bio ist ja immer gut. Und der hat seine Kühe auf eine Wiese getrieben. Neue Wiese. Leckeres Zeug sozusagen. Die haben es gegessen und sind alle verblutet. Und dann hat er sich doch gewundert. Und warum sind die Kühe alle so rot und tot? Und dann ist das so rausgekommen, aha, die haben was gefressen, wo sogenannte Kumadine drin sind. Das ist der Grundstoff Kumadine in den Pflanzen. So ist das mal entdeckt worden. Und dann hat man das Rattengift genommen und dann hat man gesagt, naja, vielleicht können wir auch Menschen damit behandeln. Und es hat auch viele Jahre gut funktioniert. Ist ja schon mal ein bisschen kultiviert worden. Also nicht das originale Rattengift. Aber das Grundprinzip ist sozusagen das Gleiche. So. Und das, vielleicht sind welche Unternehmen, die das haben. Dann kriegt man so einen Quick-Ausweis und muss immer zum Gerinnungsmessen und so weiter und so fort. Also das ist lange, viele, viele Jahrzehnte etabliert. Und kriegen auch heute noch viele Patienten. Das ist auch gut so. Und bei manchen geht auch nur das. Aber für einen Teil der Patienten haben sich auch Alternativen ergeben, weil es dann neue Medikamente gab, die entweder gleich geschluckt werden konnten. Das waren zwei. Oder wo man eine Woche vorher Spritzen brauchte und dann schlucken konnte. Aber eben ohne Laborkontrollen zum Beispiel. Man spart sich eben diese vierwöchigen Arztbesuche und so weiter und so fort. Ja, und das macht man, wenn man so eine Blutverdünnung jetzt anfängt, dann damit erst mal drei bis sechs Monate. Je nachdem, wo die Thrombose sitzt. Je nachdem, ob da Begleiterkrankungen da sind, warum man glaubt, dass sie entstanden ist. Und dann macht man beim Teil der Leute auch dauerhaft weiter. Früher hat man gesagt beim Teil der Leute, lebenslang, das sagen wir nicht mehr, sondern wir sagen prolongiert. Prolongiert heißt übersetzt jetzt erstmal maximal vier Jahre und dann soll sich damit einer befassen, der sich damit auskennt. Das ist die Langversion von prolongiert, weil die Untersuchungen, die das überprüft haben, die haben einen maximalen Zeitraum von vier Jahren. Also insofern weiß man eigentlich gar nicht, ob man irgendeinen lebenslang behandeln muss oder ob man nicht doch mit 64,5 reduzieren muss und so. Deswegen sagen wir immer jährliche Kontrolle, ob das geht, ob durch die Blutverdünnung irgendwelche Probleme entstehen. Wenn nicht, dann weiter und nach vier Jahren einmal richtige Inventur. So nach dem Motto, was gibt es Neues in der Wissenschaft? Machen wir das so weiter? Machen wir das nicht weiter? Warum macht man beim Teil der Leute länger? Im Mittel aller Thrombose-Patienten kriegen innerhalb von zehn Jahren 30% aller Leute eine zweite Thrombose? Das ist nicht so selten. Jeder Dritte in zehn Jahren. Die bisherigen Blutverdünner, dieses Markomar und Phalytrom, hat aber in zehn Jahren auch bei jedem Dritten zu einer Blutung geführt. Also man kann sich so im Mittel überlegen, was will ich denn haben? Thrombose oder Blutung? So und wir versuchen nun immer, und das ist ein bisschen Hellseherei und Sie kennen diesen dummen Satz, so Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Wir versuchen also einfach rauszukriegen durch Befragung, durch Begleiterkrankungen und 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 und. Ist der Mensch, der vor mir sitzt, Herr Müllermeier-Schulz aus Benningenstein zum Beispiel, liegt der über diesen 30% Wahrscheinlichkeit in den nächsten zehn Jahren, dann rechnet sich für ihn eine dauerhafte Blutverdünnung? Oder liegt er nicht über diesen 30% des mittleren Risikos, dann rechnet sich nicht. Das heißt, das ist ja das Mittel aller Patienten und wir versuchen das immer ein bisschen aufzudröseln. Und da gibt es schon Hinweise sozusagen. Und das sind die Hinweise. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal, was spricht denn, wenn man mal eine Thrombose hatte, dafür, dass man gefährdeter ist für eine zweite Thrombose als andere? Also erstmal, wenn es einen Risikofaktor gibt, der fortbesteht. Wenn ich eine Erkrankung habe, die zu dieser Thrombose geführt hat und die Erkrankung ist weiter da, naja, dann wird dies auch das zweite Mal schaffen. Unklare Ursache. Wenn die aus heiterem Himmel kamen, die Thrombose, dann ist das viel schlechter, als wenn die nach einer Operation kamen. Da wissen wir, Thrombose kann Herr Müller nur, wenn der Arzt vorher operiert. Gut, das ist ja selten, also brauchen wir den nicht dauerhaft blutverdünnen. Wenn das eine zweite Thrombose war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das gut kann und dass er auch eine dritte und vierte schafft natürlich erhöht. Wenn das Blutungsrisiko gering war und der den Blutverdünner nichts aufgetreten ist, dann ist das auch ein Zeichen, dass man mit leichtem Herzen weitermachen kann. Wenn das mit der Blutverdünnung gut lief. Dann gibt es so Laborwerte, die vielleicht dafür sprechen, dass das Risiko erhöht ist. Wenn wir im Ultraschall am Ende der Blutverdünnungsphase noch deutliche Restthrompen sehen, also Restgerinnsel spricht das auch dafür. Und Männer, wir müssen stark sein, das Mannsein ist ein großer Risikofaktor. 2,3-fach höheres Risiko für eine zweite Thrombose als Frauen. Ja, das ist so, die haben andere Dinge, mit denen sie leben müssen, aber wir müssen mit einem erhöhten Rethrombosrisiko leben. Und das ist kein Spaß, ich hatte das schon. Ehepaar, beide Thrombose. Sie wissen, beide haben irgendwann dieselben Windjacken, aber die hatten beide auch die gleiche Thrombose. Und beide kamen mit der Frage, kann ich die Blutverdünne absetzen? Und ich habe es bei ihr abgesetzt und bei ihm nicht, weil er Mann ist. Er geht raus und sie, ihn angeschnauzt sozusagen, warum musst du weiternehmen? Ich kann aufhören, du hast nicht richtig gefragt. Zack, ich habe es dann mitgekriegt oder kriege ich, dass sie steckt. Da draußen endet gerade die langjährige Beziehung. Er hat richtig verstanden, alles ist gut. Er Mann, sie Frau, auch wenn sie das anders sehen, aber er muss jetzt weiternehmen. Gut, wenn die Thrombose ausgedehnt war beim ersten Mal, spricht das auch für ein höheres Risiko, wenn sie proximal war. Also Unterschenkelthrombosen zum Beispiel machen seltener Rezidive, also zweite Thrombosen, als weiter oben gelegene Thrombosen. Das heißt, beim Unterschenkel hört man meist auf nach drei Monaten, beim Oberschenkel zum Beispiel nicht, weil man weiß, das Risiko ist einfach anderthalb bis zweimal so hoch, dass das zu einer zweiten Thrombose führt. Wenn es schwere Gerinnungsdefekte gibt und am Ende muss man auch immer sagen, spielt natürlich die Meinung des Patienten eine Rolle. Ich bespreche das immer, weil es gibt eindeutige Situationen, es gibt auch schwierige. Ich rechne das immer vor und sage, pass auf, das Risiko unter dem Blutverdünner eine Blutung zu kriegen bei Ihnen ist jetzt meinetwegen 2,8 Prozent, statistisch. Das Risiko, dass Sie eine Thrombose kriegen, wenn wir aufhören, liegt bei 4,8 Prozent pro Jahr. Was wollen Sie? Weil, dass ich der Meinung bin, dass das klug ist, die Tabletten zu schlucken, heißt ja noch lange nicht, dass der Patient sagt, das ist gut so. Es gibt Leute, die sagen, jawohl, ich weiß, dass ich ohne Tabletten ein höheres Thrombose-Risiko habe, als ich mit Tabletten Blutung kriegen würde, aber scheißegal, ich will das nicht. Ich fühle mich dann krank, ich will nicht, ich weiß auch immer. Man darf ja unvernünftig sein und hoffentlich ist auch jeder mal unvernünftig im Leben. Wenn man nur vernünftig wäre, das wäre ja auch fürchterlich. Also jeder hat das Recht natürlich zu sagen, ich möchte diese Therapie nicht, lieber Doktor, auch wenn du meinst, dass das eine ganz tolle Sache ist für mich. Dann macht man es nicht. Schreibe ich rein, Patient ist informiert, will aber so, viel Glück. Und es gibt Situationen, da ist es pari-pari, das gibt es auch, wo man sagt, du hast ein bisschen erhöhtes Blutungsrisiko, aber auch ein erhöhtes Thrombose-Risiko. Beides ist jetzt bei vier Prozent pro Jahr, wir müssen einfach drüber reden. Was ist für dich das, womit du besser klarkommst? Viele fühlen sich ohne Blutverdünner dann ungeschützt, sozusagen sagen, wenn ich den nicht mehr nehme, ich wäre irre, ich spüre ständig Thrombosen überall. Und dann sagt man eben, okay, das statistisch wissen wir gar nicht, ob wir was Gutes tun, aber wir tun auch nichts Falsches. Und wenn du damit besser leben kannst, wenn dein Leben besser zu führen ist, dein Gefühl besser ist, dann machen wir es doch. Du musst mit klarkommen, mit den negativen Folgen bei beiden Entscheidungen. Also das ist ganz wichtig und deswegen steht, und das steht auch in den Leitlinien, Patientenpräferenz ist eine ganz wichtige Sache. Wir können sowieso nicht, wir sind ja nicht die Polizei. Die kann ja auch nichts mehr durchsetzen, aber wir schon erst recht nicht. Wir hätten nicht mal per se das Recht dazu. Ja und hier sehen Sie das, dass sich also faktisch so wie sich so empfohlene Dauern unterscheiden bei einer Unterschenkelthrombose drei Monate, wenn es Oberschenkel ist erstmal drei bis sechs. Wenn wir nicht wissen, warum die Thrombose entstanden ist, eher länger. Wenn die Thrombose nach einer Operation entstanden ist, würde man nach sechs Monaten immer aufhören. Ja, da gibt es den klaren Faktor Operation, wenn wir nicht wissen, wo es herkam und woher, wo die Heckenschützen sitzen, dann macht man weiter, weil man weiß, der hat vielleicht einfach eine versteckte Neigung, die man gar nicht erfassen kann. Und nun würde ich Ihnen so ein bisschen zeigen, wie ist das im wahren Leben, auch mit diesen neuen Medikamenten, damit Sie mal so ein bisschen auch von dem Neuen so einen Eindruck haben. Also man hat diese neuen Medikamente erfunden und wir nehmen die auch und wir nehmen die gerne. Wir nehmen die nicht nur, wir nehmen auch das alte, etablierte. Also immer passend für den Patienten. Und man hat jetzt einfach in diesen Ländern geschaut. Sie sehen, da ist Großbritannien noch mit dabei beim Rest von Europa. Wie funktioniert denn das im wahren Leben? Nicht in Studien so, sondern man hat einfach geschaut, wie es mit der Wirksamkeit, das ist nur ein Beispiel, das hat man mit allen Substanzen gemacht. Das ist die Wahrscheinlichkeit unter den neuen Substanzen eine Verschlechterung oder eine zweite Thrombose zu kriegen. Das ist die Wahrscheinlichkeit unter den alten Substanzen. Das heißt, die neuen verhindern ein bisschen besser zweite Thrombose. Und Sie sehen, das hier, das macht auch weniger Blutung. Das ist zum Beispiel das Rivaoxaban, das ist Xarelto. Das gibt es aber für die anderen ganz genauso. Warum ich das zeige? Diese Substanzen waren zum Beispiel dann bei Aspekte oder irgendwelchen ARD-Sendungen, wie die da heißen, die bösen Blutverdünner. Blutungen unter Blutverdünnern. Ja, das gibt es. Also wer glaubt, dass ich unter einer Gabe von Blutverdünnern keine Blutung riskiere, der ist so naiv, dass er sofort entfernt werden muss aus jedem System. Das passiert natürlich. Wenn ich Blutgerinnung behindere, wird es stärker bei dem Patienten bluten, wenn er sich verletzt oder wenn irgendetwas anderes passiert als sonst. Die machen keine Blutung. Aber wir alle haben innerlich und äußerlich immer mal wieder undichte Stellen und aus dieser undichten Stelle blutet es dann halt auch mal häufiger raus, weil der Körper nicht mehr so eine starke Gerinnungskraft hat. Das gibt es bei jedem Blutverdünner. Und ja, es sind auch unter den neuen Blutverdünnern Todesfällen aufgetreten. Ganz klar, das gibt es. Das Problem ist, wenn man sie nicht gegeben hätte, hätten die Leute mit höherer Wahrscheinlichkeit vielleicht eine tödliche Lungenembolie bekommen. Das sieht aber keiner sozusagen. Die Blutungsfälle sind natürlich immer sehr martialisch und ich habe mir ein, zwei Sachen angeguckt, wo dann die weinende Tochter saß und sagt, meine Mutter, die bösen Ärzte und die Pharmaindustrie sozusagen. Ja, die Doktor hat wieder fünf Millionen gekriegt in kleinen Scheinen, damit er diese Tablette und so weiter. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich könnte auswachsen. Ja, ich könnte sozusagen das Stromnetz kappen, weil das ist in einem Ausmaß frech und unterstellend, dass es also, dass sich einem die Haare zu Berge stehen stellen. Und Sie haben es vielleicht mitgekriegt, ich habe ja jetzt gerade letzte Woche eine Pressekampagne. Also man muss nicht immer glauben, dass die, die schreiben immer im Recht sind, die sind manchmal auch dümmer, als sie es den anderen vorwerfen. Na gut. Also das ist so. Es blutet, es gibt Todesfälle unter den neuen, aber seltener als unter den alten. Ungefähr nur halb so viel schwere Blutungen und halb so viel Todesfälle wie unter den alten Blutverdünnern. Aber es gibt es auch unter den neuen. Es gibt keinen Blutverdünner, der das nicht macht. Sonst würde er nicht wirken. Das ist so ein Problem. 30 Prozent aller Leute zum Beispiel hat unerkannt eine Magenschleimhautläsion, ein Magengeschwür zum Beispiel. Also wenn wir jetzt so durchmachen würden, ich weiß gar nicht, wo das dritte ist, jetzt stehen so viele, aber hier so, hier die hätten jetzt eins. Und das haben wir immer mal wieder. Und die, die heute keins haben, haben vielleicht in vier Wochen eins. Die ärgern sich über ihre Schwiegertochter, ja, zack, bumm, schon Magenschleimhaut. Oder die Schwiegertochter sich über die Schwiegermutter und dann haben es beide. Also, so ist das. Und dann gibt es eine undichte Stelle und dann kann es mal bluten. Das ist einfach so. Gut, also das muss man zur Kenntnis nehmen und wenn man so etwas sieht, das ist ja immer alles reißerisch aufgemacht, muss man immer schauen, was steckt denn eigentlich dahinter sozusagen. Ja, das gibt es, aber was wäre die Alternative bei den Patienten gewesen. Und hier sehen Sie Todesfälle. Todesfälle unter dieser neuen Substanz und Todesfälle unter der alten Substanz. Und Sie sehen sechsmal mehr Todesfälle unter dieser alten Substanz. Die auch nicht schlecht ist. Das ist nicht die Frage sozusagen. Wir behandeln auch Patienten damit, weil das Neue, das geht nicht bei allen, hängt mit vielen anderen Problemen zusammen. Bei wem kann man das Neue geben? Bei wem sollte man das Alte, das Phalitrom oder Markomar geben? Das ist ja auch nicht schlecht. Das haben wir ja auch nicht aus bösem Willen gegeben, sondern auch da war es so, dass wir mit der Therapie was Gutes getan haben. Aber dass die Neuen gefährlicher sind, schlechter sind und dass es eine böse Allianz von irgendwelchen Leuten gibt, das ist einfach, also die sollen einfach was anderes rauchen. So, als letztes oder fast als letztes will ich noch ein bisschen darauf eingehen, wann sollten wir, ich muss ein bisschen gucken, dass ich die Quittler, wo ich nicht verpasse, wann sollten wir auf ererbte Gerinnungsdefekte untersuchen. Und da gibt es ganz klare Situationen und ich sage das ein ganz bisschen deswegen, weil in der Bevölkerung und auch bei den Doktors dadurch, dass die Patienten fragen, ein großer Drang besteht, dass das untersucht wird. Kommen ganz viele und sagen, ich hatte eine Thrombose, jetzt will ich das wissen. Also, wer über 50 ist, ist einer unter 50 hier? Gut, ich auch nicht, ja? Wer über 50 ist und etwas ererbt haben sollte, das ist nichts wert, was er erbt hat, das hat 50 Jahre nicht geschafft, eine Thrombose zu kriegen, zu machen. Das heißt, was auch immer ich ererbt habe vor 50 Jahren, ist total egal. Das macht keine Thrombosen, okay? Deswegen macht man bei über 50-Jährigen nur noch einen Gerinnungsfaktor, den man überhaupt untersucht und alle anderen nicht mehr. Das heißt, wenn ich in meine eigene Klinik kommen würde mit einer Thrombose, würde ich sagen, Chef, du nicht. Ja? So, das ist so. Über 50-Jährige kriegen keine Blutgerinnungsdiagnostik mehr diesbezüglich. Und das, und ich will sie nicht verwirren hier, aber es ist so, die erhöhen, diese Gerinnungsdefekte erhöhen so ein bisschen das Risiko, die erste Thrombose zu kriegen, aber lustigerweise gar nicht das Risiko, die zweite oder dritte Thrombose zu kriegen. Heißt, wenn ich eine Thrombose habe, brauche ich eigentlich nicht mehr untersuchen, weil jetzt ist auch egal. Das Risiko für die zweite Thrombose ist bei allen gleich. So ein bisschen. Also da passiert viel Unsinn und ich bin auch immer dabei, dann Leuten zu erklären, warum wir das jetzt nicht machen. Das ist immer eine ganz schwere Sache. Die kommen hierher und jetzt beim Gefäßzentrum, Entschuldigung, kriegen sie jetzt Gerinnungsdiagnostik? Und sage ich, nö. Also nur gegen meinen erklärten Willen, weil sie sind eigentlich, sie sind 68, 68 Jahre keine Thrombose gekriegt. Jetzt wollen wir es nicht mehr wissen. Es ist nichts wert. Das hat nichts damit zu tun, es lohnt sich nicht mehr. Es geht einfach um die Wertigkeit dieser Defekte. Um, nochmal mit Männern und Frauen. Frauen mit einem ererbten Gerinnungsdefekt kriegen nur halb so häufig eine zweite Thrombose wie ein Mann ohne Gerinnungsdefekt. Also Mann sein ist doppelt so gefährlich wie Frau, zum Beispiel mit einer Faktor-5-Mutation ist diese häufigste Gerinnungssituation. Nur um da, das ist, also die machen schon ein bisschen was, aber das ist verschwindend gering gegenüber anderen Risikofaktoren. Es gibt also nur noch so ganz klare Definitionen, wann man das machen soll und falls sie mal zu uns geschickt werden, zu dieser Frage und ich erkläre ihnen, warum das Schwachsinn ist, dann seien sie nicht traurig, das hat nichts mit ihnen zu tun, sondern ich würde mir das auch nicht mehr machen. Ja, das ist wirklich so. Das heißt, woran man aber denken muss bei über 50-Jährigen, und das sind wir ja irgendwie alle, außer Herr Fiedler, das ist übrigens Sheffield Fiedler, der eben gleich sozusagen dann ein bisschen bei den Kathedern assistiert, von dem weiß ich ja, ist es noch nicht. Der hätte also noch Gerinnungsdiagnostik bei uns gerade so bekommen. Aber bei den über 50-Jährigen guckt man, haben die irgendeine Grunderkrankung, weil wir wissen, wenn einer eine Thrombose kriegt ohne erkennbare Ursache, kriegt der in 3 bis 15 Prozent in den nächsten zwei Jahren eine Krebserkrankung. Das heißt, eine Thrombose kann manchmal schon das erste Anzeichen einer versteckten Krebserkrankung sein. Deswegen gucken wir so Leuten tief in die Augen und sagen manchmal, es wäre gut, wenn sie ein paar Tage hierbleiben, wir müssen sie mal durchnudeln. Ja, so. Also einmal von Socke bis Locke durchuntersuchen, um zu gucken. Was man wenigstens dann machen sollte, ist die Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Dann frage ich die Frauen, wann waren sie letztes Mal mit Gynäkologen? Dann sagen die, wie alt ist meine Tochter? So, der Klassiker. Ja, Männer beim Urologen, alle kennen das. Ja, so. Und das sollte man dann schon mal machen auf alle Fälle. Und ob darüber hinaus was notwendig ist, da kann man gucken, da macht man dann ein bisschen Labor. Aber das ist wichtig. Die Vorsorgeuntersuchungen sollten gemacht werden. Und wer über 55 ist und sowieso eine Vorsorge-Magenspiegelung und Darmspiegelung, also Darmspiegelung bekommen kann, gesetzlichen Kassenbezahlende Darmkrebsvorsorge, Darmspiegelung ab dem 55. Lebensjahr, der sollte das machen. Auch das ist nicht vergnügenssteuerpflichtig. Das weiß ich. Aber man sollte es tun. So, und was tut man noch? Frage ist immer, darf ich rumlaufen? Ja, sie sollen rumlaufen. Rumlaufen ist Therapie. Wenn sie rumlaufen, wächst die Thrombose nicht. Wenn sie sich hinlegen, wächst sie in einem Viertel der Fälle. Trotz Blutverdünnung. Also mobil sein ist gut. Wir wickeln das Bein in der Regel am Anfang, damit es schlank wird. Damit erstmal die gestaute Flüssigkeit rausgeht. Und später gibt es einen Strumpf. Und der Strumpf, der ist erstmal so hoch, wie die Thrombose war in der Regel. Und später muss man gucken, bei der Ultraschalluntersuchung, braucht es diesen Strumpf auf Dauer? Ja, nein. Das richtet sich danach, ob die Venenklappen, also die Rückschlagventile in den Venen kaputt gegangen sind oder nicht. Und dann gehen sie ins Sanitätshaus. Und das Sanitätshaus, wenn es gut ist, berät sie, wie sie so Strümpfe anziehen, damit sie Gummihandschuhe anziehen. Und es gibt so Anziehhilfen. Gucken sie so eine Flüstertüten, damit man geschmeidig in den Gummistrumpf rutscht. Oder solche. Das zieht man so nach vorne. Oder es gibt so Gestelle für Leute, die sich nicht bücken können. Jeder kommt in den Strumpf. Ich höre das immer, Herr Doktor, es geht nicht. Jeder kommt in den Strumpf. Es ist so. Ja, und wie gesagt, über die Dauer kann man am Anfang gar nichts sagen. Das machen wir dann im Verlauf im Ultraschall. Und wenn man das nicht vernünftig macht und das Bein chronisch gestaut ist, dann kommt es zu sowas. Weißverfärbung, da ist die Haut schon ein bisschen kaputt. Hier ist Braunverfärbung, das ist Rost. Rost aus den roten Blutkörbchen, Siderose. Dann haben wir irgendwann ein offenes Bein und dann sieht es so aus. Ich mache schnell weg, weil sie wollen noch das gesunde Buffet draußen essen. Aber so würde es ausgehen, wenn sie den Strumpf nur anziehen, wenn sie zum Doktor gehen. Ich sehe immer Leute mit so einem Bein und da weiß ich, die haben den nicht an und dann sage ich, und der Strumpf? Ja, sonst immer. Also haben sie einen Strumpf? Ja, ich sage, tragen sie den Strumpf? Naja. Also das ist so. Und um sich über das Risiko noch zu informieren, können Sie, und das liegt überall aus, oben und unten gibt es noch so ein paar Dinge, die Sie einsacken können hier. Und da sind auch noch mal Informationen über diese Medikamente und über Thrombose-Risiko und so weiter. Oder für die, die so jetzt PC-affin sind, es gibt auch eine Seite www.risikothrombose.de von der Fachgesellschaft der Angelogen. Da können Sie das alles noch mal nachlesen und können sich auch noch mal irgendeinen Abend frei von guter Stimmung halten, indem Sie sich noch mal mit Krankheit beschäftigen. Oder Sie besuchen uns vor Ort. Wir haben ja auch zwei Websites, wo so ein paar Sachen dazu stehen. Gut, so viel dazu. Ich danke erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, 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 ja.